Servus zusammen und wie immer herzlich willkommen zur Softwaretechnik Vorlesung. Heute zum Thema Implementierung und dieses Bild, was ich heute mitgebracht habe, hat Symbolcharakter. Dass wir in Ulm Lehre auf höchstem Niveau machen, bedeutet natürlich, dass man sich tagtäglich, zumindest wenn kein Corona ist, auf dem Berg hoch quält mit dem Fahrrad und dann am Nachmittag oder Abend damit belohnt wird, eine rasante Abfahrt zu genießen. Und diese Symbolkraft möchte ich nutzen. Ihr habt euch die letzten Wochen durch zig verschiedene UML-Notationen und Diagramme kämpfen müssen und die ihr lernen müssen. Und heute kommen wir tatsächlich zur Implementierung, zu dem, was den meisten von euch am meisten Spaß macht. Ein anderes Symbolbild ist das von unseren Schaukeln. Wir haben mit diesen verschiedenen Modellen natürlich versucht, irgendwie zu modellieren, was der Kunde eigentlich braucht, was wir tatsächlich entwickeln wollen. Und das alles waren Vorstufen, damit wir jetzt zur Implementierung kommen können. Mit der Implementierung, da gehen eine Reihe von Sachen mit einher und wir werden uns heute mit folgenden Themen dazu auseinandersetzen. Wir werden uns angucken, welche Programmiersprachen gibt es. Das ist für die Softwaretechnik von maßgeblicher Bedeutung, denn in vielen Fällen können wir die Programmiersprache frei wählen. Und diese freie Wahl, die ist durchaus mit Vorsicht zu genießen und diese Wahl sollte man nicht zu leichtfertig treffen. Und das wollen wir im ersten Teil uns angucken. Im zweiten Teil soll es um Programmierrichtlinien gehen. Das heißt, da geht es ein bisschen darum, wie können wir eigentlich verständlich einen Code schreiben. Und im letzten Teil werden wir einen ganz kurzen Ausblick machen zu Werkzeugen, zur Werkzeugunterstützung, weil so wie in jedem Bereich, wo es irgendeine Form von Werkzeugen gibt, sei es jetzt Handwerker, aber auch andere Bereiche, gibt es natürlich für die Softwareentwicklung auch Werkzeuge. Und da wollen wir zumindest so einen Überblick kennenlernen. Die Vorlesung ist besonders insofern, dass ich mir überlegt habe, wenn wir über Programmierung reden, dann ist es eigentlich am besten, wenn wir tatsächlich auch programmieren. Und deswegen gibt es so ein paar eingestreute Teile. Und zwar habe ich vor etwa einem Jahr im Hörsaal programmiert, live. Die Studenten haben mir gesagt, wie es programmieren soll. Davon gibt es einen Mitschnitt und aus dem werde ich hier Auszüge ins Video reinschneiden. Kommen wir zum ersten Teil, Programmiersprachen. Bevor wir dazu kommen, nochmal eine kleine Auswertung und zwar zu einer Umfrage, die ich in der ersten Vorlesung gemacht habe. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass über 100 Teilnehmer an der Umfrage teilgenommen haben. Und da waren verschiedene Fragen, nämlich zum Beispiel, inwiefern wir euch vielleicht motivieren können für die Vorlesung, weil ihr selbst schon mal von einer Softwarebehandlung betroffen wart oder weil ihr euch einfach im letzten Jahr über Softwarefehler geärgert habt. Und was wir hier sehen an den Zahlen, ist, dass doch deutlich mehr als drei Viertel von euch in irgendeiner Form von Softwarefehlern betroffen seid. Und diese Softwarefehler sind natürlich insofern für die Softwaretechnik interessant, als dass es ein Aspekt ist, wir wollen eigentlich immer weniger Softwarefehler und immer weniger Softwarepannen erleben. Allerdings hat das einen gewissen Preis und erst im Laufe der Vorlesung werden wir tatsächlich verstehen, was es für einen Trade-off gibt und wie wir selber auch entscheiden können, wie viele Fehler oder mit welchen Fehlern können wir leben und worum müssen wir zum Beispiel aufhören mit dem Testen. Dazu gab es auch ein paar Fragen, nämlich nach eurem Vorwissen. Und zwar habt ihr selbst Programmiererfahrung und das sah erstmal ganz gut aus. 108 von euch haben geantwortet, ihr habt schon Programmiererfahrung. Bei den vier anderen wird es tatsächlich so sein, dass es für euch ein bisschen schwieriger wird. Ihr werdet nebenbei sich ein bisschen das Programmieren mit erlernen müssen, weil ihr sonst Schwierigkeiten haben werdet zu folgen. Wer von euch schon getestet hat, da waren die Zahlen deutlich geringer und ich mache die Frage normalerweise im Hörsaal, wo alle stehen für Ja und sitzen für Nein. Und das ist der Punkt, wo es den meisten Unterschied gibt, weil sich irgendwie die Hälfte hinsetzen. Das ist also durchaus eine Tendenz, die ich auch sonst in der Vorlesung sehe, dass während viele Programmiererfahrung haben, kennen sich mit dem Testen tatsächlich deutlich weniger aus. Und wir werden große Teile in der Vorlesung haben, auch in der übernächsten Vorlesung zum Thema Testen. Und interessant ist, dass von denen, die so Programmiererfahrung haben, die meisten auch sagen, sie haben auch schon Programmierfehler verursacht. Und das ist natürlich je nachdem, wie man das deutet, ist das ganz normal, weil kein Meister vom Himmel fällt und darauf werde ich auch gleich nochmal zurückkommen. Interessant ist, ein Punkt, wenn es stimmt, dass so etwa fünf Programmiererfahrungen haben und aber noch keine Programmiererfehler gemacht haben, dann sind das vielleicht die perfekten Programmierer und das ist der Punkt, wo die Industrie aufhorchen sollte, die wollt ihr einstellen. Gut, wir werden, das jetzt kurz möchte ich euch nochmal abholen mit dieser Grafik. Wir haben über Analyse und Entwurf gesprochen, Analyse, wir wollen die Anforderungen verstehen, das System modellieren, was wir erstellen wollen und im Entwurf haben wir über den Grob- und den Feinentwurf gesprochen. Und was da rausfällt, sind eben Modul- oder Komponentenspezifikationen und jetzt können wir anfangen, diese Komponenten umzusetzen und zu programmieren. Da stellt sich aber unmittelbar die Frage nach der Programmiersprache. Also es gibt ja verschiedene Programmiersprachen und wie soll ich mich da entscheiden, welche soll man da nehmen. Bevor wir zu konkreten Programmiersprachen kommen, möchte ich euch so einen kleinen historischen Abriss geben, damit ihr versteht, wo Programmiersprachen herkommen, warum es eigentlich so viele gibt und was so grundlegende Unterschiede sind. Und wenn wir uns die Programmierung angucken, dann fängt die tatsächlich nicht mit Programmiersprachen an, sondern schon viel früher. Nämlich hat man am Anfang mit Lochkarten oder indem man so Schaltkästen hat, indem man quasi so Kabel umsteckt. Darüber hat man mechanische Geräte umprogrammiert sozusagen. Und die Lochkarten, das kennt ihr alle, sehe ich irgendwo von der Kirmes, wo irgendwie so ein Leierkasten steht und da läuft ein Lochband durch oder eben eine Walze, die gewisse Noppen hat. Und diese Noppen sorgen sozusagen für ein gewisses Verhalten und man kann jetzt eben Lochkarten austauschen und die Maschine verhält sich anders, spielt ein anderes Lied. Tatsächliche Maschinensprachen wurden eigentlich im Zweiten Weltkrieg das erste Mal eingesetzt und dort entwickelt, auch im Zuge sozusagen von militärischen Aktionen. Der nächste Schritt danach, also Maschinensprachen sind wirklich was, das ist die Sprache, die die Maschine spricht. Da hingegen sind Assembly-Sprachen, war das erste Mal, dass es eine Unterscheidung gab zwischen einer Sprache, die der Mensch lesen kann, wenn auch erschwert noch, und einer Sprache, die das System spricht. Das heißt, das war der erste Punkt, wo Sachen übersetzt wurden. Von einer Sprache, von sogenannten Source-Code, von Quelltext zu Ziel-Code zu Object-Code. Assembly oder Assembler sind allerdings deswegen noch nicht unbedingt ein Compiler. Was die von einem Compiler unterscheidet, und die wurden eben später entwickelt, ist, dass ein Compiler eine Anweisung, die der Nutzer hinschreibt, die der Nutzer verstehen kann, unter Umständen in mehrere Anweisungen übersetzt. Wenn ich zwei Zahlen addieren will, dann muss ich irgendwie eins aus dem einen Register laden, das andere aus dem anderen Register laden, die addieren und das Ergebnis irgendwo hinschreiben. Das sind also mehrere Schritte. Und der Unterschied zwischen einem Assembler und einem Compiler ist, dass ein Compiler uns ermöglicht, ein Statement hinzuschreiben und das in mehrere Statements der Maschinensprache zu besetzen. Und natürlich gibt es da nicht nur Compiler, sondern auch Interpreter. Das kennt ihr vielleicht von Java zum Beispiel, wo es einen Code gibt und zur Laufzeit, während das Programm läuft, wird es live übersetzt oder eben live interpretiert. Es gab dann verschiedene andere Stufen, zum Beispiel strukturierte Programmierung, aber auch Sachen, die sich daraus entwickelt haben, prozedurale Programmierung, objektorientierte Programmierung, funktionale, logische Programmierung. Da kommen wir gleich noch auf ein paar Beispiele. Was diese Sprachen allerdings alle gemein haben, ist, dass sie höhere Programmiersprachen sind. Was meinen wir damit? Und wie hoch ist eine hohe Programmiersprache? Naja, was wir damit meinen, ist, die Höhe ergibt sich daraus, in wie viele einzelne Anweisungen auf der Maschine eine Anweisung, die der Nutzer hinschreibt, der Programmierer hinschreibt, sich ergeben. Das heißt, umso mehr solche Einzelanweisungen sich daraus ergeben, umso höher ist die Programmiersprache. Und das Interessante ist, man hatte immer so das Gefühl und ich habe das im Prinzip auch immer gedacht, dass zuerst waren da diese Programmiersprachen, die man eben für alles nutzen kann. Und dann hat man sich irgendwann überlegt, naja, für eine gewisse Domäne, für irgendeinen speziellen Anwendungsfall, für mathematische Berechnungen oder Ähnliches, erzeuge ich dann eine domäne-spezifische Sprache. Tatsächlich war es andersrum. Die ersten Sprachen waren gar nicht für sämtliche Programme gedacht, sondern für nur ganz bestimmte. Und da gucken wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Das Ganze fängt also an mit 1945 entwickelten Plan-Kalkül, der erst deutlich später veröffentlicht wurde und zudem erst 1998 tatsächlich ein Compiler geschrieben wurde. Es ist aber bekannt als die erste Hochsprache von Konrad Zuse entwickelt. 1954 hat man dann von der ersten professionellen Hochsprache gesprochen, nämlich Fortran, was für Formula Translator steht und von IBM entwickelt wurde. Professionell insofern, weil sie eben sozusagen aus der Industrie kam und tatsächlich auch eingesetzt wurde damals und noch heute eingesetzt wird. Und schon an den Namen Formula Translator können wir ablesen. Hier handelt es sich um eine Programmiersprache, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllen soll. Man wollte mathematische Ausdrücke hinschreiben können und die sollten übersetzt werden können in Maschinensprache. BASIC war 1963 eine der ersten erfolgreichen General Purpose Languages, das heißt also allgemeine Programmiersprache, die nicht nur für eine Domäne zugeschnitten war, sondern die Idee war, dass man damit tatsächlich sämtliche Programme ausdrücken kann. Dann gab es funktionale Programmiersprachen, ich sehe gerade die Reihenfolge, passt hier noch nicht ganz, 1959, 1970 erste objektorientierte Sprachen mit Smalltalk. Das ist natürlich immer nicht ganz schwarz und weiß, natürlich gab es schon viele kleine Konzepte, die für die Objektorientierung wichtig sind, auch schon in Programmiersprachen davor, aber Smalltalk wird als die erste objektorientierte Programmiersprache angesehen. Dann gab es auch deklarative Programmiersprachen, SQL, das habt ihr natürlich schon in anderen Kursen gesehen, das heißt, ich sage einfach nur, was ich für Daten brauche und wie der Algorithmus dahinter läuft, das macht die Datenbank völlig allein, das heißt deklarativ. Dann Pascal als eine wichtige Sprache insofern, weil die eben viel in der Lehre eingesetzt wurde früher, das was heute, Lehre und Forschung, das was heute eben Java als Rolle ist, als die Sprache, in der er unterrichtet wird, das war eben früher Pascal, weil es eben sehr durchdacht war von Niklaus Wirth in seinen Sprachkonstrukten. Nichtsdestotrotz läuft das nicht immer überein, in der Industrie hat sich tatsächlich C und C++ durchgesetzt, C 1974, 1980 dann die Erweiterung von C++ und da schon mal ein kleiner Teaser, werdet ihr euch nachher mal angucken, was da eigentlich der Unterschied ist. 1977 dann auch eine logische Programmiersprache mit Prolog, die sehr bekannt geworden ist und auch heute noch sehr viel eingesetzt wird. 1990 Java als objektorientierte Sprache, die heute eine der zwei meist eingesetzten oder populärsten Sprachen ist, mit C zusammen. Funktionale Programmiersprachen wie eben Tesco und dann gab es eine neue Entwicklung, nämlich Programmiersprachen, die nicht nur einen Paradigmus sozusagen umsetzen, so etwas wie funktional objektorientiert, sondern tatsächlich versuchen, mehrere gleichzeitig umzusetzen. Das heißt, ich kann in Python funktional programmieren, aber auch objektorientiert und ähnliches. Und dann, was heute sozusagen auch sehr weit verbreitet ist, ist JavaScript als sozusagen Skriptsprache einerseits und andererseits eben für Web-Anwendungen, die eben eine große Popularität haben. Jetzt können wir auf die heutige Situation gucken. Das war jetzt alles irgendwie aus dem letzten Jahrhundert. Da kann man sagen, warum interessiert uns das? Da kommen wir gleich nochmal drauf. In diesem Jahrhundert sind tatsächlich andere Programmiersprachen bekannt und populär geworden. C-Sharp von Microsoft, Go von Google, Rust von Mozilla oder Swift von Apple. Und wir sehen, dass auch ein Trend dahin geht, und dass große Softwareunternehmen selber Programmiersprachen bauen. Es ist nicht mehr immer ein großes Konsortium, wo irgendwie ganz viele verschiedene oder vor allem eher Forscher irgendwie dahinterstehen, sondern es ist wirklich insofern ein wichtiges Thema und auch lukrativ für große Konzerne, neue Programmiersprachen zu erfinden. Es gibt heutzutage tausende von Programmiersprachen. Es gibt tatsächlich wenige, die für mehr als zehn Jahre genutzt werden. Also es gibt viele Programmiersprachen, die sich jemand ausdenkt, die vielleicht auch mal für ein paar Projekte genutzt werden. Aber oft merkt man auch schon, so nach fünf Jahren kann man schon abschätzen, ob diese Programmiersprache weiter irgendwie Bestand hat oder vielleicht nicht mehr. Und interessant ist, dass es eine Reihe von Programmiersprachen gibt, die wirklich sehr, sehr lange benutzt werden, also mehr als 25 Jahre. Und hier seine Liste von ein paar Programmiersprachen, wo wir sowas wiederfinden wie Java, C, C++. Und da sehen wir auch gleich nochmal, dass die auch heute noch sehr populär sind. Diese vielen Sprachen, was bedeutet das jetzt aus Software-Engineering, aus Software-Technik-Sicht? Naja, das Gute daran ist, ich kann mir für jeden Anwendungsfall die richtige Programmiersprache aussuchen. Ich kann, wenn ich sage, ich habe nur logische Programmierung, dann suche ich mir eben eine logische Programmiersprache aus. Wenn ich sage, ich bin im Embedded-Bereich unterwegs, dann nehme ich eben eine Sprache, die das gut kann, C oder C++ zum Beispiel. Der Nachteil ist, dass diese Vielfalt dazu führt, dass wir einerseits teure Werkzeugunterstützung haben, weil für jede Programmiersprache brauche ich bestimmte Werkzeuge und da kommen wir im dritten Teil der Vorlesung mal etwas genauer zu. Allerdings kommt auch ein Aspekt hinzu, wir haben Entwickler, die programmieren, wir haben Programmierer und die Programmierer müssen der Sprache ausgebildet sein. Wir können uns das ähnlich vorstellen wie mit Fremdsprachen. Natürlich kann ich sagen, in einem Unternehmen sprechen wir 100 Sprachen, aber dann muss ich eben auch damit rechnen, dass ich meine Entwickler oder dass ich meine Mitarbeiter schulen muss, dass diese Sprachen können und muss auch damit leben, dass es sozusagen unter Umständen ich für neue Programmiersprachen, die ich neu einsetze, vielleicht das machen muss, aber vielleicht sogar für tote Sprachen. Vielleicht gibt es Sprachen, die tatsächlich gar nicht mehr entwickelt wurden und ich muss sogar jetzt neue Werkzeugunterstützung dafür entwickeln, weil das gar nicht mehr der Markt macht sozusagen, gar nicht mehr die Communities. Es ist also nicht ganz einfach, da irgendwie Programmiersprachen auszuwählen und da gibt es eine Reihe von Eigenschaften, die man sich angucken kann, was sind so wünschenswerte Eigenschaften für Programmiersprachen. Wir haben irgendeine Form von Modularität brauchen wir, weil wenn ich da jetzt hunderte Entwickler dran setzen will an ein System, dann muss es irgendwo was geben, wo ich sage, das sind einzelne Module. Es gibt irgendeine Form von Informationsversteckung und das ist sozusagen oder Informationsverstecken, Information Hiding und ein Punkt da drin ist, dass man zwischen Schnittstellen und Implementierung unterscheidet, dass man Implementierung relativ schnell hinter einer Schnittstelle verstecken kann, einerseits und andererseits auch austauschen kann. Dann gibt es Typsysteme, das klingt jetzt mal relativ hochdrabend, das ist im Wesentlichen, er kennt das, wenn er irgendwie was kompiliert und der Compiler sagt, ja, ich kann int nicht in String überführen oder umgekehrt und starke typte Programmiersprachen, da erkennt das der Compiler schon und bei schwach getüpten Programmiersprachen, sowas wie JavaScript, da würde das eben erst zur Laufzeit erkannt werden. Das heißt, jemand macht die Webseite auf und kriegt dann plötzlich eine Fehlermeldung, dass irgendwie irgendein Typ nicht ineinander überführt werden kann. Das heißt, da ist eine wünschenswerte Eigenschaft in vielen Fällen, nicht immer, dass man eben Fehler möglichst früh erkennt. Dann ein weiteres Kriterium ist, wir wollen natürlich das möglichst leicht lesen können, da gibt es Unterschiede, zum Beispiel Vortran, da wurde eigentlich darauf erachtet, dass man möglichst wenig Schreibaufwand hat und bei Algol 60 hat man zum Beispiel darauf erachtet, dass man das möglichst gut lesen kann. Das heißt, die Keywords sind vielleicht ein bisschen länger, die man irgendwie schreiben muss, aber dafür kann man eben gut lesen und verstehen. Dann gibt es Zeiger, ihr kennt das vielleicht irgendwie von verketteten Listen, aus anderen Lehrveranstaltungen als Datenstruktur und da ist es möglich, das über Zeiger zu implementieren. Also ich zeige auf eine bestimmte andere Stelle, da liegt ein Objekt und das kann wieder irgendwo hinzeigen. Und die Frage ist, wie werden diese Zeiger verwaltet? Muss ich selber mir ein Stück Speicher reservieren und darauf zeigen und darf das nachher nicht vergessen, muss das wieder aufräumen, sonst habe ich irgendwie ein Problem, wenn der Speicher irgendwann ausläuft, obwohl ich den gar nicht mehr benutze. Und da haben wir einen Unterschied zwischen z.B. C und Java oder C++ und Java, dass wir in C und C++ im Allgemeinen, zumindest in älteren Versionen, selber für zuständig sind und uns selber um das Handhaben von diesen Zeigern und den Speicher kümmern müssen und in Java passiert das im Prinzip automatisch. Und dann gibt es noch Programmiersprachen, die sich dadurch unterscheiden, inwiefern Ausnahmebehandlungen durchgeführt werden können. Und all diese Eigenschaften sind in irgendeiner Form wünschenswert, aber sie sind oft eine Abwägung zwischen verschiedenen Eigenschaften. Und so kann es sein, dass wir für einen bestimmten Anwendungsfall bestimmte Eigenschaften eher priorisieren und andere weniger. Und sowas wie die Syntax sozusagen, soll ich das einfach schnell tippen können oder möchte ich, dass das verständlich ist und ich es leicht lesen kann. Da gibt es eben mal solche und solche Situationen. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Da ist man inzwischen soweit, dass das Lesen, dass man Quelltex gut verstehen kann, ist deutlich wichtiger, als dass wir das schnell tippen und schnell schreiben können. Gut, jetzt können wir nochmal ein bisschen etwas praktischere Brille aufsetzen und da drauf gucken und sagen, ja, also jetzt habe ich hier irgendwie ein Softwaretechnikprojekt und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Was sind denn Kriterien für mich, nach denen ich entscheide, ob ich eine Programmiersprache nehme oder nicht? Ja, erst mal in vielen Anwendungsfällen ist natürlich vorgegeben, welche Programmiersprache man nehmen kann oder welche Programmiersprachen überhaupt zur Auswahl stellen. Ja, das heißt, kann doch sein, dass es in einem Unternehmen eine Policy gibt, die sagt, folgende, fünf Programmiersprachen dürft ihr benutzen, mehr nicht. Für bestimmte Arten von Projekten zum Beispiel oder auch generell. Jetzt kann es aber auch sein, der Kunde legt das fest, der Kunde sagt, wir brauchen unbedingt was in Java und dann müssen wir eben in Java entwickeln. Es kann aber auch sein, es gibt existierende Infrastruktur, es gibt vielleicht schon irgendwelche Teile, die wollen wir nur noch erweitern, dann sind wir daran schon gebunden an eine bestimmte Programmiersprache. Dann stellt sich auch immer die Frage, gibt es domänenspezifische Programmiersprachen? Gibt es Sprachen, die speziell für das, was ich jetzt machen will, entwickelt wurden oder nehme ich eine allgemeine Programmiersprache, die sozusagen für verschiedene Anwendungsfälle funktioniert? Dann gibt es vielleicht Sprachen, die irgendwie schon bekannt sind bei meinen Entwicklern, die ich einsetzen möchte oder nicht bekannt sind, die beliebter sind oder nicht beliebter. Die Beliebtheit ist natürlich jetzt irgendwie nur ein Aspekt von vielen, aber kann man natürlich, sollte man auch nicht unterschätzen. Es gibt vielleicht irgendwie verfügbare Bibliotheken, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Web-Anwendung machen, es gibt irgendwie Kommunikation oder Service orientiert, ich möchte quasi verschiedene Rechnerkodaten miteinander kommunizieren lassen, verteilte Anwendung, dann kann es unter Umständen wichtig werden, dass ich mir um Verschlüsselungsalgorithmen Gedanken machen muss. Und vielleicht möchte ich solche Verschlüsselungsalgorithmen nicht selber implementieren, sondern Bibliothek nutzen dafür. Und dann stellt sich schon die Frage, in welchen Sprachen gibt es dann solche Bibliotheken und wie gut sind die eigentlich? Und so ähnlich ist das mit Bibliotheken, auch mit Werkzeugunterstützung, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, was das genau heißt, aber gibt es gute Compiler, gibt es gute Editoren und Ähnliches, wo ich mit der Sprache arbeiten kann? Ein Punkt, was wir uns auch gleich noch angucken werden, ist die Popularität, also wie beliebt ist eine Programmiersprache gerade und was mag sich an all diesen Kriterien ändern in der Zukunft? Denn wenn ich ein Software-System baue, wo ich sage, das wird wahrscheinlich zehn Jahre leben und das werde ich immer wieder irgendwie weiterentwickeln in der Zeit, dann ist natürlich schon wichtig, dass man überlegt, was wird in fünf Jahren sein? In fünf Jahren gibt es da noch Java und gibt es da noch Compiler für Java und Ähnliches, die noch funktionieren und die auf aktuellen Systemen laufen. Und dafür kann man sich die Popularität von Programmiersprachen ansehen, da gibt es einen Index von einer Firma, wo ihr auch gerne euch noch mehr dazu angucken könnt. Hier nun mal die zehn populärsten Programmiersprachen aktuell und wie sich die entwickelt haben über die Zeit und das ist ein bisschen wie mit der Unterscheidung zwischen Wetter und Klima. Wir sind hier nicht an dem Wetter interessiert, das heißt, ob das gerade mal irgendwie ein bisschen hoch geht oder ein bisschen runter, sondern wir sind eher an generellen Entwicklungen interessiert. Also gibt es grob einen Trend erkennbar und diese Trends gibt es. Übrigens, diese Popularität wird anhand von, zum Beispiel anhand von Suchanfragen im Internet ermittelt, das heißt, wir dürfen jetzt nicht jeden kleinen Hügel darüber bewerten, weil vielleicht geht einfach eine Lehrveranstaltung los oder an vielen Unis die Lehre los mit einer bestimmten Programmiersprache und plötzlich gibt es da einen großen Ausschlag. Was wir aber sehen, ist ein genereller Trend. Java, C, C++, die haben alle eher einen Abwärtstrend, wohingegen wir so etwas wie Python sehen, dass wir da einen deutlichen Anstieg sehen, gerade in den letzten drei, vier Jahren. Das ist eine Sicht, wie man da drauf gucken kann. Jetzt kann man sagen, okay, das sind jetzt irgendwie 20 Jahre. Man kann auch weiter zurückgucken. Man kann nämlich gucken, diese zehn Programmiersprachen und vielleicht mal noch drei, die irgendwie früher schon sehr relevant waren, wie haben die sich eigentlich über die Zeit entwickelt? Wir sehen, SQL war irgendwie in dieser Liste noch gar nicht drin, weil es gar nicht relevant genug war, es ist inzwischen irgendwie relevanter. C hat sich irgendwie den ersten und zweiten Platz irgendwie in den letzten Jahren immer mal geteilt mit Java in der Popularität, das ist aber sozusagen schon ganz lange dabei. Java gibt es noch gar nicht so lange. Wir können darin schon ein bisschen was ablesen, auch so Trends, ob Sachen eben beliebter werden oder unbeliebter. Und wie gesagt, das ist entscheidend, wenn ich ein Softwareprojekt mache, das was sehr langlebig ist, dann muss ich da sehr genau drauf gucken, welche Programmiersprache ich wähle. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, ich hatte das schon angekündigt, wir wollen uns jetzt mal praktisch was angucken. Das heißt, ich habe vor einem Jahr im Hörsaal programmiert und ihr könnt euch das jetzt angucken. Das war so ein bisschen interaktiv gestaltet, leider sind die Fragen von Studenten nicht mit drauf, aber in den meisten Fällen könnt ihr einfach sehen, an dem, was ich mache und zeige, könnt ihr das trotzdem denke ich ganz gut nachvollziehen. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Das Ding kennt wahrscheinlich jeder, ja? Das ist so ein Taschenrechner in der Schule, ich weiß gar nicht, ob das noch so üblich ist, da hat man noch so ein kleines Gerät. Irgendwann wird das wahrscheinlich auch abgelöst von einem Tablet oder ähnlichem. Am Rechner haben wir quasi so eine kleine App, mit der können wir Sachen ausrechnen. Dazu gucken wir uns mal ein kleines Beispiel an. Was kommt da raus, wenn ich auf Ist gleich drücke? Sieben, gucken wir nach. Sieben, sehr schön. Gut, warum? Ja, weil Punktrechnung vor Strichrechnung, den Punkt erkennt man jetzt hier nicht so gut. Es gibt noch einen anderen Modus. Was kommt hier raus? Da kommt 9 raus. Mich hat das ziemlich verwirrt, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet hatte, dass es einen Modus gibt, also der Standardmodus, wenn ich den öffne und nichts umgestellt habe, der ignoriert die Mathematik und ich weiß nicht, für wen das implementiert ist, Mathematik zu ignorieren. Gut, der Hintergrund ist vermutlich, dieser Modus funktioniert so, wie so ein Taschenrechner früher funktioniert hat. Ich gebe eine Zahl ein, ich drücke auf den Button und der rechnet das sofort aus und verknüpft das dann mit dem nächsten Ergebnis. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich da oben diese Formel anzeige, weil das ist grundgenommen ein falsches Ergebnis. Gut, da habe ich mir gedacht, das können wir besser. Wir programmieren jetzt hier selber einen Taschenrechner. Taschenrechner auch deswegen, weil man sich das relativ leicht vorstellen kann und mit relativ wenig Code schon mal was erzeugen kann. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe einen Taschenrechner implementiert. Wir gucken uns den vielleicht erstmal an, wie der aussieht. Das ist er, der Taschenrechner. Da bin ich ganz stolz drauf. Der kann schon relativ viel. Ich kann hier so Zahlen eingeben und das Beispiel von eben kann ich noch nicht machen, weil wir keine keine Multiplikation haben, aber was der macht, ist immer, er nimmt die Zahl, schreibt die unten hin, rechnet das Ergebnis wieder aus und bezieht das dann mit diesem Plus-Operator wieder zusammen. Das heißt, die 4 wird jetzt mit der, die 9 wird jetzt mit der 5 addiert und dann komme ich eben auf die 14. Gut, da können wir sagen, der ist jetzt relativ simpel, den wollen wir ein bisschen erweitern, der soll am Ende der Vorlesung ein bisschen mehr können. Ja, da wollen wir hin. Gut. Okay, das heißt, die GUI ist relativ einfach. Achso, ein tolles Feature habe ich noch nicht gezeigt. Natürlich gibt es auch eine Fehlerbehandlung. Wenn ich jetzt hier Buchstaben eintippe, dann schmiert das Programm nicht ab. Das war am Anfang so. Gut, das gibt drei Klassen. Das ist also relativ übersichtlich. Wir haben erstmal einen Wert, einen Value. Das ist eben das, was ich da aus diesem Textfeld auslese. Das wird im Hintergrund repräsentiert. Dann gibt es eine Klasse Add, mit der kann ich zwei von diesen Values, zwei Werten, im Wesentlichen Integers, kann ich damit verknüpfen. Und der Sinn dieser Klasse ist, dass ich gleichzeitig beides machen kann. Ich kann sowohl diese Gleichung anzeigen, als auch das Ergebnis ausrechnen. Weil sonst könnte man sich fragen, warum brauchst du hier für die Addition eine extra Klasse? Mach doch einfach das Plus. Wir haben auch in der letzten Vorlesung zum Beispiel gesehen, von einer ganz komplexen Methode, die nichts mehr macht als das Plus. Diese Klasse hat tatsächlich eine Aufgabe, nämlich für uns die Addition im Hintergrund zu repräsentieren. Wir wollen noch Formeln anzeigen und das Ergebnis. Wie wir das eben auch gesehen haben in dem Windows-Taschenrechner. Gut, und dann gibt es den eigentlichen Taschenrechner. Der ist relativ simpel. Es gibt eine Klasse, die heißt sozusagen Calculator. Die erbt von Application, das heißt, das ist das GUI-Frontend oder das Filework dazu ist JavaFX. Da muss man, damit man so eine GUI anzeigen kann, davon erden und eine Methode implementieren, die heißt Start. Die soll sagen, wie diese GUI gefüllt wird. Die ist auch relativ einfach. Die setzt einen Titel, setzt irgendwie die Farbe von einem, von diesem Error-Feld, fügt irgendwie die ganzen Elemente hinzu, die wir hier oben sehen. Also ein Label, ein Textfeld, ein Button, ein Label. Das ist relativ einfach. Dann setzen wir irgendwie noch die Größe, zeigen das an und dann müssen wir auf den Klick reagieren und das macht im Wesentlichen diese Methode. Da gucken wir vielleicht nachher nochmal etwas mehr im Detail drauf. Und das hier startet das Ganze, das ist so üblich bei JavaFX. Da hat man so einen Launch und das sorgt sozusagen dafür, dass irgendwann diese Startmethode aufgerufen wird. Gut, gibt es hier zuerst mal Fragen? Ja, genau. So, können wir gucken. V-Box ist das jetzt. Also einfach alles untereinander anordnen. Relativ simpel. Ich wollte jetzt auch, man kann die GUI natürlich super hübsch machen und so weiter, aber ich wollte jetzt nicht so viel Code schaffen, der uns eigentlich bloß ablenkt. Das heißt, relativ simpel gehalten. In dem Video war der Aufhänger, dass es bei Windows einen Taschenrechner gibt und dass das Ergebnis einer Berechnung vom Modus abhängt. Und dazu vielleicht nochmal eine kleine Erklärung. Es ist tatsächlich so, dass natürlich dieser Standardmodus eher wie so ein Taschenrechner funktioniert, wie man den von früher kannte. Man tippt einfach Zahlen ein, es wird alles sofort berechnet und deswegen wird eben dieses Punktrechnung vor Strichrechnung hier ignoriert. Das Problem ist tatsächlich eine Interaktion zwischen zwei Verhalten, die wir hier haben. Das eine ist dieser Standardmodus, der eben so arbeitet, wie ein Taschenrechner früher funktioniert hat und dieses Anzeigen der Formel. Erst das macht das Problem, weil diese Formel ist natürlich schlichtweg falsch, weil da müssen wenigstens noch Klammern gesetzt werden und man müsste jetzt, das wäre eine Möglichkeit, wie man das Problem beheben kann, dass man eben die Klammern setzt um 1 plus 2. Gut, wir werden gleich nochmal auf die Implementierung von meinem eigenen Taschenrechner zurückkommen und werden mal überlegen, wie wir die verbessern können. Bevor wir da hinkommen, möchte ich noch zwei Zitate geben und zwar das eine von Patrick McKenzie, das ist ein Influencer und Software-Ingenieur mit folgendem Zitat. Every great developer you know got there by solving problems they were unqualified to solve until they actually did it. Man könnte es, im Deutschen gibt es ein Sprichwort, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und das ist das hier bloß sozusagen ein bisschen spezialisierter auf die Programmierung. Programmieren erlernt man nur, indem man programmiert und dabei ist es so, dass wir tatsächlich immer wieder an einen Punkt stoßen, wo wir noch nicht genügend Programmierfähigkeiten haben, um irgendwas zu programmieren und nur dadurch, dass wir uns das trotzdem versuchen, dranbleiben, werden wir zum besseren Programmierer und können danach wieder höhere Qualifikationen uns aneignen. Das ist so ein bisschen so ein Plädoyer für alle, die noch dabei sind, programmieren zu lernen. Da muss man einfach dranbleiben, man muss das immer wieder probieren, man braucht einfach viel Zeit, um Programmieren zu lernen und man muss immer wieder neue Sachen probieren, weil wenn man, ich sag mal so, einfach in C bleibt und immer prozedural programmiert, dann kommt man quasi nicht darüber hinaus, sondern man muss immer wieder neue Sachen ausprobieren. Das ist das eine, was einen motivieren kann, das andere ist, dass das Programmieren selber was mit uns verändert und dazu ein Zitat von Bill Gates. Bill Gates war in den letzten 30 Jahren die Hälfte der Jahre, nämlich 15 Jahre, der reichste Mensch der Erde und natürlich durch seinen Erfolg mit Windows und Microsoft und Bill Gates setzt sich eigentlich auch sehr für sehr viele Dinge ein und insbesondere dafür, dass Kinder möglichst früh programmieren lernen. Und aus diesem Zusammenhang ein Zitat Das heißt, das Programmieren, das Erlernen von Programmieren, das verändert die Art und Weise, wie wir über Probleme nachdenken und kann uns sehr wahrscheinlich in vielen Bereichen helfen und Evidenz für dieses Statement ist, dass viele Softwareunternehmen nur Personen einstellen, die programmieren können. Das heißt nicht, dass die alle weiterhin später programmieren müssen, aber es werden primär Personen gesucht, die eben schon programmieren können, weil die anders an Probleme rangehen und anders darüber nachdenken. In dem ersten Teil der Vorlesung haben wir uns um Programmiersprachen gekümmert, wir haben uns angeguckt, was ist so, wo kommen die historisch her, und es geht im Wesentlichen darum, wir haben irgendeine Maschine und wir wollen die programmieren, wir wollen das Verhalten dieser Maschine ändern. Es gibt gewisse Kriterien, nach denen wir Programmiersprachen auswählen können. Eine davon ist Popularität, aber es gibt viele andere Kriterien und es ist ein bisschen schade, dass in der Literatur zur Softwaretechnik ist das eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt. Also diese Kriterien, das ist schwer, darüber überhaupt irgendwas in der Literatur zu finden, und die beste Übersicht noch zum Thema Programmierung findet ihr in Jones und Kipzig-Bochcore in diesen zwei Büchern, die dann auch verlinkt sind, wenn ihr da draufklickt in den Folien. Jetzt habe ich zwei Angebote für euch, was ihr jetzt praktisch machen könnt. Das eine ist, es gibt ein sehr gutes Tutorial, wie ich finde, das habe ich schon sehr aufgeguckt, wie man C-Programme in C++-Programme überführt. Das findet ihr unter Umständen interessant, das könnt ihr euch angucken. Und das Zweite wäre, ihr könnt jetzt natürlich in den Quelltext reingucken, zu dem Taschenrechner, den ich vorgestellt habe in dem Video, und könnt euch da mal überlegen, was ist eigentlich mit dem Code, kann man da nicht irgendwas dran verbessern. Wir werden im nächsten Teil der Vorlesung, werden wir uns angucken, wie eigentlich gut der Quelltext aussehen soll, und werden dann im Anschluss tatsächlich auch diesen Quelltext verbessern. Aber für euch ist es vielleicht ganz interessant, zu sehen, wo steht ihr, was fällt euch vielleicht schon auf an dem Quelltext, was würdet ihr anders machen. Ihr müsst das nirgendwo hinschreiben, aber es einfach mal kurz darüber nachdenken, da reichen auch ein paar Minuten. Gut, dann viel Spaß bei den Aufgaben, und bis gleich.